so hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht auch richtig das brandneue und aktuelle just kitty magazin nummer sieben für fünf euro was gibt es da drauf für fünf euro eine limitierte karte ein muss für jeder adrenalin xl booster karten freund zwei promo packs ja promo packs und das steht nämlich hier oben extra drauf zwölf karten und dazu die lego minecraft sticker booster ein tütchen werde ich heute alles öffnen magazin booster tütchen sticker tütchen um euch zu entscheiden lassen was es hofft es sich lohnt oder nicht lohnt so jetzt natürlich erstmal so das magazin entschuldigung dann natürlich minecraft sticker booster öffnen wir gleich und die zwei promo booster tütchen adrenalin xl vater 365 und natürlich die limitierte karte der fifa adrenalin 365 ein muss für jeden booster freundsammler der fifa 365 karten sieht cool aus so das ganze für fünf euro jetzt blättern wir aber erstmal in das magazin herum und ja es ist natürlich sportlastig booster karten wie die gelesen werden dann natürlich fußballspieler fußballspieler ja habe ich auch angebuxt das allererste jetzt habe ich zum beispiel auch gehört es gibt mehr als drei verschiedene autos da drauf ich weiß es nicht mal gucken wie es weitergeht was ich noch finde merging loising kreuzwort rätsel spaß haben wir hier poster 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 ich weiß gar nicht seid ihr eigentlich noch fans von posters gibt es das noch früher in der 80er war es cool kult irgendwie von der bravo allerdings und dann noch die starschnitte aber dann sammelt ihr auch poster noch hängt ihr euch die noch auf sagt man ganz ehrlich schreibt mal eure meinung zu die poster geschichte muss ja nicht fußball sein das kann ja alles sein die neuen sticker kollektion von asterix muss ich auch mal nach auch anboxen ich habe sie noch hier liegen die blister sport sportlastig die besten dann was ihr so rein geschickt habt wird natürlich immer ab und zu die besten veröffentlicht und das war es da ist die sticker kollektion so jetzt machen wir natürlich erst mal die booster karten limitierte karte war ja oben drauf zwei promopacks machen wir jetzt auf vielleicht ist ja da was interessantes trenne haben schon irgendwie was also wirklich was hochwertiges ist nicht dabei also weiß ich kann ja was hochwertiges sein und ich habe es komplett übersehen ich werde natürlich irgendetwas von adrenalin xl fifa 365 unter das video verlinken sicher bequem auf jeden fall günstig ihr wisst wenn es neu ist ist es niemals günstig aber wenn ihr den link benutzt danke dafür so und jetzt machen wir das lego minecraft sticker booster auf und schauen wir uns die sticker an oh die hat so eine raue schicht ist aber ziemlich düster so und das war es ihr schreibt mir jetzt in die kommentare wie ihr das magazin findet was ihr davon haltet habt ihr es vielleicht selber schon ich verlinke euch was von fifa 365 für einen daumen hoch freue ich mich immer aber das allerwichtigste ist bleibt gesund ihr und eure familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu